Na gut, wenn es sein muss, dann äh, machen wir das. Puh, boah. Er fährt mit der Uber nach Hause. Das ist, äh, ja, das ist mal ein Coolness-Faktor. Hey, ich bin zu Hause. Der Spidey ist zu Hause. Oh, der Vermieter. Da war ja noch was. Oh nein. Oh nein, Räumungsbefehl. Oh. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi, äh, ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Äh... Äh, Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ah, mal gucken. Okay, er sollt im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Nein, super. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Haben die... Alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss mein Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Ne, kann nicht so schwer sein. Alter, warum haben die... Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Wir hätten die Miete bezahlen sollen. Aber wir konnten ja nicht zwischendurch da hin, ne? So, Hallöchen. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komm ich anders rein. Ah. Wenn ich nichts kaputt mache, ist es auch kein Einbruch. Das stimmt. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Panik. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann über allem Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Na super. Hey, es ist nur eine Vermutung. Aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Muss dann der East sein. Larry's? Leos. Leos. Ja, das könnte sein. Wow, ich liebe Leos. Ich hole ihn einen Moment. Ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Home sweet home. Ich suche den Müllwagen. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Wo ist er? Kingpin Knockdown. Äh. Siehst gut aus, Spidey. Ja, danke. Ich suche einen Müllwagen. Habt ihr den Müllwagen gesehen? Oh. Entspann dich, Spidey, man. Kleine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Aber die, sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beheilen Sie sich besser. Ich bin gerade eine Woche in der Stadt. Sorry. Bist du doof? Bist du doof? Müllverbrennungsanlage, Alter. Was ist der Stress jetzt hier? Was kommt davon, wenn man seine Miete nicht bezahlt, Peter? Die Verbrennungsanlage, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Oh. Ach so, da. Danke, Spider-Man. Gerne. Pass auf. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Na super. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar. Nur zu. Ich mach mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Bitte sei hier. Bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Mission erfüllt. Netzbomben-Prototyp. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das könnte gehen. Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Netzbombe freigeschaltet. Durch Annäherung ausgelöste Sprengladung, die sofort alle Gegner in Reichweite einspinnt. Sehr geil. Nice. Geschafft. Da. Da ist der Typ, der sie für Spider-Man hält. Oh. Hm. Kalt stellen. So werde ich dich abdanken. Jetzt scheitert ihn endlich aus. So. Halt doch einfach mal die Fresse, Mann. Nimm das! So. Mensch. Okay. Nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Puh. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Home-Suite-Home. Gehe es zu MJs Apartment. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ähm, ja. Mal überlegen. Das ist eine gute Frage. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Ja, da kriegen wir schon hin, Spidey. Sie nimmt dich schon auf. Keine Sorge. Hero Cop. Jefferson Davis. Oh, Spidey. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Home-Suite-Home abgeschlossen. Das war's schon. Hm. Hm. Sprachnach für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehle ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh, oh. Die Stimme kenne ich doch. Oh, oh. Wer war das? Wer war das? Wer kann das gewesen sein? Aber wir müssen mal eben kurz was gucken hier. Ähm. Hm, 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 hm. Drei Punkte verfügbar. Ja. Kosten zwei, kosten zwei. Was haben wir hier? Kombo Booster. Letztes Gefecht. Oh ja, verlangsamt die Zeit. Den nehmen wir. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Alles andere ist zu teuer. Okay. So. Ja. Folgen wir jetzt dieser guten Dame? Oder suchen wir uns einen Platz zum Knacken? Ach, guck mal, wir haben jetzt hier Schnellreisemöglichkeiten. Es gibt noch so viel zu tun. Ja, toll. Unser Apartment. Na ja, super. Mein ehemaliges Apartment. Gucken wir mal, wer da was von uns will, ne? Hallo. Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Du bist, jetzt werde ich rot. Sieh mich nicht an. Oh Mann, Raketen. Die haben Raketen. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte uns beinen. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh. 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 Ich habe mich für Shula. Alter, was stimmt mit euch nicht? Aua, alles kaputt, wir müssen mal kurz Fokus aufbauen. Ich erziele mindestens eine 20er-Kombo, Alter, bist du doof? Shit. Ach manu, warum ist das so? Ach manu, warum ist das so? Aua. Oh Mann, ey. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ich soll etwas finden, ich muss ganz genau hinsehen. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. So eine habe ich schon mal gesehen, oben auf dem Dach. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Blackhat-Überwachung, schon wieder was Neues dabei. Davon haben wir schon mal eine gesehen. Neuer Anzug verfügbar. Hey Yuri, du hast doch noch Blackhats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh nochmal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Ah, okay. Ah, Blackhat ist wieder in der Stadt. Okay. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Ne. Eigentlich, nein. Nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Diese Details, hier steht einer und quarzt sich eine oder telefoniert draußen. Wie geil. Okay, dann haben wir ja wenigstens schon mal einen Platz zum Pennen. da, 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 da. Ach ja, boah das Game rockt voll ey, trotzdem bräuch ich gleich mal ne Pause, ich muss gar mal wieder ne Pause machen, nimm mal, du zockst auch schon wieder stundenlang hier. Also wie oft sage ich, dass Spider-Man das Verbrechen der Polizei überlassen soll, mindestens sechs Mal am Tag und das ist nur an einem freien Tag und jetzt ist einmal genau das passiert, als Officer Jefferson Davis verhindert hat, dass ein Laster voller bewaffneter Verbrecher unschuldige Passanten niedermäht, aber was war mit Spider-Man, wo war der selbsternannte Held der Stadt? Oh, er hat diese Verfolgungsjagd aus einem 80er Actionstreifen vom Zaun gebrochen, aber ein echter Held musste sie beenden, Gottlob war Officer Davis vor Ort und in der Lage, all diese Leben trotz Spider-Mans Einmischung zu retten, Jefferson Davis, sie haben sich das begehrte J. Jonah Jameson nicken des Respekts verdient, ich habe gerade genickt. Das ist ein Typ der Jonah ne, der ist unglaublich, meine Fresse du, der Jonah doch. So, vernünftige Klamotten anziehen, aber Couch pennen. Ach ja. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Auf jeden Fall, Junge. Pouch ist oben, sechs Meter. Und mein Hund? Kein Problem, aber immer an der Leine und nie im Küchenbereich. Hi Leute, alles gut bei euch? Es gibt so unglaublich viele obdachlose Kinder, eins von 30. Und zu viele Asyle sind nicht für sie ausgestattet. Tja. So, jetzt sind wir einmal schön rumgelaufen. Was machst du so spät hier? Ich, äh... Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Das sieht man dir an. Da bist du genau richtig hier. Das sieht man ihm an. Ich weiß aber, ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Jetzt bist du bedürftig. Auch wieder wahr. Danke, Gloria. Naja. Eine Nacht auf der Couch pennen. Hoffentlich ist mir das Couch bequem. Oh, was ist denn hier so los? Bevor wir auf die Couch gehen? Oh. Klein Peter. Mann, war ich ein Depp. Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. No. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Ach, komm, gibt's Schlimmeres. Not so fast. No, Onkel Ben. So, ne Runde auf der Couch knacken. Oh nein, Geld. Kaffee und Geld. Das können wir nicht annehmen. Ich, das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Ach, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ach, ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Das ist ein Schurke. Das ist ein Super-Schurke. Pass auf. Pass auf, ich ahne es. Ich ahne es. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Der wird unser... unser Endgegner. Pass auf. Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborne's Wahlkampf ans... Oh. Jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Klar. Verlasse das Asyl. Ja, das machen wir auch. Ich finde, hier ist ein guter Punkt für eine Pause. Wir machen hier jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Das war bis jetzt eine schöne Aufnahmerunde. Und dann geht das hier in der nächsten Session weiter. Mit Spidey und seinen Abenteuern. Mein Gott, ey, das Kämpfen, das macht mich fertig, ne? Oh. Aber gut. Wir werden besser. Wir haben ja noch nicht mal... Wir sind ja noch nicht mal an der Hälfte angekommen, glaube ich. Warte mal. Karte offline. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmerunde von Spider-Man. Bis dahin. been. Okay. Exact weiter. Bye. I guess I did nicht. Oh, ich bin. Eben. Bis dahin.